Ich denke, man sieht sich? Ja, man sieht sich. Okay, cool. Würdest du meine Telefonnummer haben? Oder lieber nicht? Ja, das wäre gut. Hast du einen Schnitt? Nein. Tja, also, wenn du mal in der Nähe der Uni bist, ich hab meistens so einen Fünfschluss. Vertraut. Sehr innig. Na, nach dem Tod meines ersten Mannes standen wir ja buchstäblich alleine da. Ja, natürlich hing Maike dann auch umso mehr an mir. Naja, Kinder können solchen Lebens... Komm, ich nehme dir was ab. Na, deine Klausur mal bestimmt auch gut. Dann hast du einen Top-Examen. Oh, was war in Frankfurt? Das wollte ich Ihnen nicht vorenthalten. Oh. Schön, dass ich noch daran gedacht habe. So ein Handel kannst du noch nicht spurlos abwickeln. Wir brauchen Beweise. Wo sollen wir die finden? In Heckfuchs Büro, natürlich. Ah, the Western Union coming out. Another mixtape with my fellow man, DJ Goods. Back in the building, played book mixtape. Look out for that. Back in the building, played book mixtape. Oh, was war in Frankfurt? 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 Oh, was war in Frankfurt?